ARD Text im Auftrag von Funk Doch, weil ich gerade eben mit dem Dings, mit dem Magneten das alles abgewehrt habe Die Haare sehen schlimm aus, so, egal Leute, guckt weg Die Haare sehen schlimm aus Hä, wo sind die Bots denn? Die Bots sind eigentlich, glaube ich, runtergefallen Oh, Baby Ich will wissen, ja doch, da ist grün, wir haben auf jeden Fall ein grün, gelb haben wir auch am Start Hä, die fallen immer nur manchmal runter, weißt du? Manchmal? Die machen, das ist einfach schlecht Warte, ich box gelb, ich box gelb Ich box nicht gelb, okay Ich box blau Boom, 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 boom Ich erschieße rot Oh mein Gott Okay, gelb nimmt mir schon die ganze Arbeit an Alter, was hat denn der gemacht? Oh mein Gott, das hat er nicht gemacht Pass auf, der gelbe ist wahnsinnig Ja, ja, ich weiß nicht Er kann mir aber nichts anhaben, weil Du musst jetzt einfach nur dein Bestes geben, dann schaffst du es Ja, Mann Oh mein Gott What? Du bist die Warte, warte, gelb, gelb, oh, ciao gelb Oh mein Gott So, so Oh nice Gib mir diese Waffe Oh mein Gott, was hab ich getan? Nein, du hast nichts getan Was ich getan hab, ist hier die Frage Gelb Gelb, du Idiot Die Frage ist, ob der Oh mein Gott Nein, der gelbe, der gelbe Der gelbe Box ihn, box ihn, box ihn Pro mal an Ich trau mich nicht, ich hab noch keine Waffe Ich hab Angst bekommen Wir verlieren gegen Computers Du bist ein Computers Zack Und Nein, nein, nein Nein Ja, ich hab gewonnen Geilo Gewonnen So wie zerronnen Ich komm jetzt rüber Gelb haut ab Gelb will abhauen Gelb will abhauen Grün ist einfach immer am Anfang Gelb will abhauen Ah ne, grün ist da oben Grün ist da oben Oh mein Gott, grün hat eine Waffe Oh nein Jetzt hat er diese Dinger Oh Gott, Roman Ich bin tot Oh mein Gott, grün hat einfach gewonnen Grün hat einfach gewonnen Grün Ich fass es nicht Okay Die Dinger in der Mitte Grün stirbt Grün ist richtig zerquetscht Ja, Mann, grün ist einfach mitten in die Mitte gelaufen Und ich komm mal Avangarde Ja, komm Einfach mit genau Okay Mal gucken wie sich die Bots jetzt hier machen Okay Der Gelbe ist direkt Oh, nice Oh, nice Okay, cool Du bist auch wie so ein Bot gerade gewesen So nur gesungen die ganze Zeit. Die Leute haben gesagt, das finden die nice. Ich hab die Leiche von Gelb, ich hab die Leiche von Gelb. So eine Marionette einfach, gell? Gelb ist meine Marionette. So, und du wirst jetzt brennen im Fegefeuer. Und weißt du was? Und du warst selbst dran schuld, weil du mich nämlich hochgehoben hast. Du hättest mich in die Flammen des lodernden Feuer des Lokis halten sollen, was? Im Feuer des Lokis, natürlich. Gelb! Gelb, sei nicht so dumm. Sei nicht so dumm, Gelb. Komm her, sei nicht so dumm, Gelb. Komm, gut, 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 gut. Oh mein Gott. Alles klar. Roman wieder hier. Alter, ich bin einfach in mein eigenes Ding reingelaufen, wir gestorben. That's the way, aha, aha, I like, oh. Ich habe Angst. Du bist ja mit voller Zuversicht auf mich zugekommen. Ich hab auch keine Angst mehr vor dir. Ich lass mir, ich lass mir nix sagen. Oh, okay, nice Ding. Gelb ist hier einfach so am rum, am rum, ja gut, Gelb hat sich gerade einfach selbst eliminiert. Wisst ihr, was hier mal cool wäre, wenn die hier so ein Update machen würden, wo man, ohhhh! What the f***? Wo die einfach so, ähm, sozusagen so, 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 Punktestand oder sowas mit einbauen. Oder vielleicht Hüte oder sowas, weiß ich meine. Oh, Lars. Ich würde mal sagen, ab, ab dafür. Oh nein, das ist jemand mit A reingejoint. Ist jemand reingejoint? Ja. Oh nein. Das ist jetzt ein echter Spieler. Grün, was machst du da? Ist es der Gelbe gewesen? Ja. Der verhält sich auch anders. Okay. Oh mein Gott. Alter, was? Alter, du sitzt ja da wie so ein echter Sniper. Ich wollte mich eigentlich totstellen, aber keiner hat reagiert, dann habe ich einfach gesnippt. Oh, Alter, du hast echt einen richtigen Sniper gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, GG. Ich bin hochgeflogen, da habe ich einfach das Ding kaputt gemacht. Das war heavy. Oh mein Gott, ich habe schon wieder E gedrückt zum Laufen. Oh mein Gott. Stupido. Ich habe dir einfach gerade eine Headshap gegeben. Headshap. Headshap. inne, Ketchup. Einfach eine бум-ketschap. Rennen, 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 renne, rennen, 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 renn, rennen. Oh mein Gott, ihr seid so dumm, Mann. Ihr seid so dumm, Mann. Warum macht ihr das? Die Tür zu machen? Ne, so dumm sein. Achso. Eine interessante Idee eigentlich. Hm, gute Frage. Also ich bin dumm, weil ich es einfach mag. Dumm sein ist mein Hobby. Yo, Junge. Alter, mit der Schrot, also wirklich, wenn du dem eine Pumpgun in die Hand drückst, dann ist es komplett Ende Gelände. Ja, oder eine Minigun. Ja, spring runter, du Idiot. Weg mit dir. Oh mein Gott, ich bin einfach selbst... Oh, das ist so peinlich. Oh mein Gott, wie peinlich. Alter. Alter, der war slick. Man kennt sich aus, hm? Ich hab Gelb eliminiert. Okay. Die Spaß da oben. Nette Idee. Wieso treffe ich dich einfach nicht, ne? Das hier, die... Nein, ich wollte dieses Ding haben, damit ich so fliegen kann. Ach so, stimmt. Oh mein Gott. Wink, 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 wink. Oh, what? Alter. Hä, ich bin auch tot? Hä? Wieso bin ich... Ich bin einfach gerade gestorben, ey? Warum? Was ist going on? Nein. Was ist going on inside her Hand? Das war's, das war's. Okay. Ich hab nicht mal eine Waffe bekommen, Alter. Der Grüne hat mich einfach so abgeballert. Grün ist ein richtiger... Oh, je... Wir sind ein Bot und du bist on top. Yeah. Oh, nein. Oh, Bungee springen einfach ein bisschen. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche das nicht. Ich brauche... Oh, oh. Ich brauche das nicht. Komm, jetzt ein Zaun hin. Oh Gott. Gewonnen. Alter, war ich noch richtig Glück gehabt, ne? Ja, okay. Oh mein Gott. Ja, nein. Oh. Was hat denn der Laster gemacht? Nein. Easy. Jürgen Worgebauer ist im Spiel beigetreten. Moin. Moin. Yo. What? Das war gerade zu krass, Mann. Zu krass für mich. Oh, oh. Was macht denn der Laster? Ich hole mir den jetzt. Er sucht dich gerade. Ich weiß, dass er mich sucht. Aber er wird mich nicht kriegen mit seinem komischen Laserschuss. Oh mein Gott, da ist ja die Welt schon zu Ende. Hm. Los. Nice, Mann. Sehr schönes Ding. Das war so wack gerade. Oh nein. Der Jürgen Worgebauer. Wörgebauer soll es glaube ich heißen. Moin. Also Leute, falls ihr auch mit uns spielen wollt, braucht ihr nur ein bisschen Glück. Aber falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Wir haben nämlich bald eine Million Abonniert. Spaß, Leute. Wir haben schon eine Million. Gigi. Wann kommt Abonnent? Special? Bald. Bald oder kalt? Bald? Ich bin heute in Höchstform. Okay, oder nicht? So, das machst du als dein bestes Freund in die Knarren klauen. Lars. Nice. Kurz mal ein bisschen eingefreezed. Oh nein. Ich bin so ein dummer Idiot. Ja, und ich habe auch noch gewonnen. Alter, geil. Ich hasse es nicht. Sehr, sehr gut. You friend. Ich konnte es gar nicht glauben. Oh mein Gott. Komm mal her. Gelb. Ich komme gar nicht hoch. Junge, was machst du da? Können Sie bitte eventuell dies unterlassen? Vielen lieb, Dank. Ich bin einfach gestorben. Oh, geil. Ein Schwert. Du lügst, du bist nicht tot. Oh mein Gott, Alter. Das ist einfach der Ninja Warrior. Der Ninja Warrior. Ich stecke fest mit dem Fuß. Hallo? Los, greif an. Du bist echt einfach hängen geblieben, gell? Ich stecke mit meinem Fuß da drinne. Hallo? Als ob du am Strand wärst. Hallo, Hilfe. Hey, du da. Hey. Hallo. Er holt die Guppies raus. Die Guppies. Ich stecke einfach fest. Ich kann nichts machen. Ey, der andere steckt aber auch fest. Ja, und jetzt? Der ist einfach unter der Map. Keiner stirbt. Doch, der muss schießen. Weiter, schieß, 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 schieß. Doch, da ist er. Er ist wieder draußen. Okay, sehr gut. Dann warten wir einfach in der Zeit. Ich glaube, er sucht dich erst mal. Ach, da ist er. Schieß mich ab. Da kommt er. Hier, ich bin hier. Ja, hier bin ich. Hallo. Hier. Hier. Da hätt ich einfach freigeschossen, Mann. Ja, das war gar keine Schanze. Was ein Irenmann. Ein Irenmann. Ein irischer Mann. Komm her, Worgebauer. Worgebauer ist bei mir oben. Wow, Junge, ist da weit geflogen, Alter. Ich hab mich einfach umgebracht. Was soll das? Moin. Der hat einfach eine Panzerfaust, Mann. Er ist einfach gegangen. Nein, Jürgen Worgebauer ist gegangen. Der ist wütend, weil er gerade so weggeschnetzelt wurde. Oh, ist grad an. Junge. Tschüss. Tschüss, schieß ihn ab. Ich treff ihn nicht. Hat doch irgendwie so viele Waffen, Alter. Der Flammenwerfer sollte auf der Ice-Map nochmal ein bisschen besonderer sein, weißt du? Sodass der alles schmiert. Er hat sich einfach selbst gekillt, der Dipp. Der Dummdödel, du. Oh, nice. Okay. Mach mal Arme nach oben. Wie lange kann er übel leben? Und Hände runter. Mach mal Arme nach oben. Ich hab gewonnen. Ich hab mich einfach so hochgehoben. Ich hab grad gedacht, der Gelbe ist ein Item. Pff. Oh, ja. Oh, ich hasse dich. Alter. Was war das denn? Das war ein einzelnes GG, würde ich sagen. Warte, hier ist Gelb irgendwo. A G ist versus a G. Viel Spaß da oben, Gray. Ich hab den Ballon zerschossen. Alter, ich bin gegen den Laser wieder gelaufen. Oh, Mist. Oh, jetzt ist wieder der Ring. Cage Fight. Oh mein Gott, ist sofort tot. Okay, letzte Runde oder nächste Runde entscheidet, okay? Okay, nächste Runde entscheidet und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Oh nein. Welche Richtung dreht der? Oh mein Gott. Geh mal weg. Oh mein Gott, ja. Oh nein. Wow. So hat Gelb gewonnen und damit, meine Damen und Herren, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Schotzi. Schotzi. Okay, Leute, was geht ab? Wir sind heute hier back. Wieder zurück ins Sup-Sup-Dup-Smash. Leute, es wird crazy. Roman hat den Boxhandschuh und ich werde hier einfach... Oh mein Gott. Junge, Boxhandschuh ist voll OP, Alter. Was, Hölle? Loll, guck mal, da ist ein Gelber dabei. Moin, Gelber. Moin, Gelber. Ist das ein Bot oder ist das ein richtiger Spieler? Weil die Bots sind hier so krank stark. Ich glaube, es ist ein Bot. Ist der runtergekommen? Das sieht so aggressiv aus. Digga, das ist so unfair, dieser... Hä, ich bin raus. Raus? Ja, aber ich gucke gerade... Ja, okay. Krass, krass, krass. Das war eine Win-Win-Situation gerade. Oha, voll die coolen Maps irgendwie, gell? Ja, Mann, richtig cool, gell? Sind vielleicht noch reingekommen sogar. Okay, okay, okay. Wo ist denn der Gelbe überhaupt? Ist der schon runtergefallen? Nimm das. Oder das? Okay. Keine Ahnung, was du da gerade machst, aber... Ähm... Das hat alles keinen Sinn. Außer das hier. Nämlich... W... WTF? Hahaha. Hast du mich gerade weg teleportiert? Ja, Mann. Achso, ja, kein Wunder. Oh, was ist das hier? Uiuiui. Der kann immer in der Luft laufen. Der fliegt. Ist aber ein Hacker. Jo, was auch immer du da gerade probiert hast. Du hast einfach gar nichts gemacht. Nö. Warte, ich will mich da dranhängen. Dit 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 dit. Komm, mach mal, Dings. Wie lange kann er überleben? Loil, ich hab einfach eine Waffe. Warte. Ich warte nur, bis du vorbeifliegst. Ich hänge einfach an so einem Seil. Du bist ja abgesprungen Ja Warum springst du? Ich hole mir jetzt hier zweimal diese Uzzis Oh nein, oh nein, oh nein Yo, heftig gesaved, Bray Danke mal Aber du hast keine Chance gegen den geballten Tornado Alter Einfach gewonnen, Digga Alter, hast du gesehen, wie heftig ich auf dich gefeuert hab? Was ist das hier, Junge? Angeblich Fallgeist Oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin einfach in die Mitte gefallen Ich bin runter gefallen Ich hab überlebt Alter Voll die schwierige Karte Was ist das hier? Pass auf Oh mein Gott, das war der Gelbe Hat ihn nicht interessiert? Na, guck mal her Oh nein, oh nein, oh nein Alter, nein Der hat mich einfach dagegen gepresst What the fish is going on? Pass auf What the fish is going on? Okay, okay Moinsen, schleunzen Lass mal Lass mal nicht machen Oh, Knarre Oh, ich hab auch ne Knarre Nice Bissi Chilliges Ding auf jeden Fall Ah ja, so einer bist du also Okay, okay Ich bin so einer Okay, verstehe Bissi Ich bin einfach in diese Stacheln gelaufen Oh mein Gott Komm her, Gelber Sack, du Du Gelber Sack Ich hab den Gelbe runtergeschmissen Oh, 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 oh 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 Ja, angeblich, Junge Angeblich Ich bin komplett ausgewischen Die ganze Zeit Was ist das hier für? Bessere Waffe entschieden Traggly Maggly Komm mal her, Gelber Ich hab grad gedacht Der Gelbe ist ne Waffe, Mann Dann wollte ich ihn aufheben Was macht der Gelbe da? Ist der dumm? Yo, gib dem keine Waffe rum, Mann Ich hab ihn wegteleportiert Nein, ich hab mich selber auch wegteleportiert Nice Nice Boah, schnell ist hier Warte, ich schmeiß den kurz runter Komm her, du gelbe Tüte Junge Hallo Wir sehen uns oben Oh, nice Wir sehen uns unten Junge, wie schnell Ich bin einfach gestorben Zu schnell Zu schnell Der Gelbe wird bestimmt In so ne Säge rein Oh, chillig Alter Du hast einfach Kinnhaken gegeben Einfach chillig Vanillig gemacht Was denn jetzt? Okay Weyo 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 Weyoming Weyomi Nein Weyomi Nein Oh Junge, Leben gerettet grad Da hab ich aber was schönes gefunden Okay Ja, nehm ich mal mit Wo, wo bist du zum Teufel? Wo bist du zum Teufel? Nein Wo bist du? Wo? Ich hab irgendwie das Gefühl Vielleicht aber Hex, hex Oh, was? Wie hast du das gemacht? Ja Das war gerade ein Kill Auf hohem Niveau Das war Dings Oh mein Gott Der Verrückte hat ne Knapp Oh, da ist er weg Oh nein Da ist so ein Miniball So ein Miniball Und ich mach jetzt Dings wie Breakdance Einfach Mit den anderen Homies Hilfe Und Bam, Junge Bam, 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 bam Oh, oh Du musst auch was, hm Die Was muss ich auch passen? Diese Stahlketten reißen Die Stahlketten Oh nein Ich muss mit dem Verrückten abhängen Oder was? Oh Warte, ich helfe dir kurz Hier, hab ihn Ach, komm Oh, Headshot Ist okay Kann man mal machen Was ist das hier? Digga Bissi Bissi Alter Bissi Ja, okay Das war aber wirklich Lack Weil es auf deiner Seite war Nee, das machst du nicht Der Gelbe, der Gelbe Der Gelbe dreht durch Hilfe, der hat ne Waffe Hallo, 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 hallo Okay Jo Oh mein Gott, der Gelb hat einfach gewonnen Gelb gewinnt einfach So richtige Gims Oh, renn, renn, renn Mach doch erstmal den Gelben, du Fisch Ach Junge Wo ist denn der Gelbe? Der Gelbe ist noch gewonnen Der ist hinter dir, du Depp Ja, guck, jetzt hat Gelb schon wieder gewonnen Ich hab dir doch gesagt, geh doch auf den Gelben Ich Oh mein Gott Nein, nicht mich Alter, das geht durch die Wände Ja, aber das geht durch die Wände Ist doch ein Laser 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 Attacke Weißt du, was ich jetzt mache? Ich kenn da nix Ich kenn da nix Pass auf, der Verrückte Roman, bitte nicht Bist du Alter, der hat sich einfach umgebracht Ja, ich hab mich festgehalten Ja, weil der hat sich echt einfach im letzten Moment auch festgehalten Geh auf den Gelben Geh auf den Gelben Wo ist der? Da neben dir Junge, was? Was machst du da? Friss, friss Kugel Irgendwann musst du ja treffen, gell? Na gut, jetzt hab ich keine Waffe mehr, gell? Entschuldige sie bitte Ich treffe dich eh nicht Das wird ein Lagerkampf werden Was soll man denn hier machen, wenn man keine Waffe hat? Ich hab ne Idee Oh 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 Junge Oh nein, oh nein Nein, 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 nein Hey, mach mal Tür bitte auf Bitte Hey Hören Sie auf Junge Ich bin einfach runtergeschwungen, ich bin so dumm Ich hätt dich einfach dingsen können Ich hätt dich einfach reviven Was ist das hier? Oh lol Alter So wahnsinnig Der Gelb ist so wahnsinnig Der kennt da nichts Ich bin tot Die Gelben sind so krank Dieser Gelb ist so wahnsinnig, Alter Okay Ich tue mal so, als hätte ich jetzt nichts gesehen Da fällt der Gelbe, der hat sich selber aufgebracht Hä? Wo ist der denn? Ja Ja Ich hab einfach nur irgendwo hingeschossen Nein Roman Nein 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 Oh, das war so knapp Ich hätt den jetzt fast weggepustet Oh oh Was ist das? Junge, was? Ich stand einfach mit dem Rücken zu euch Wie unfair Ich habe den Gelb Okay, ich hab gewonnen Alter, ich bin ja genommen Ding Yo Yo Ja Was? Was war das? Was war das? Der Gelb hat schon wieder eine Waffe Ja, okay, das war's Ripp, Ripp, Ripp Rippchen Rippchen mit Kraut war das gerade Okay, 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 okay So Schieß ihn ab Schieß ihn ab Schieß ihn ab Weiter Beide, beide, beide Alter, das war Lack 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 Schuh Wo bist du? Wo kommt was runter? Wo sind sie? Da ist ein Handschuh Okay Unten der Dings Bumba Ja Mal los Was hast du da? Was hast du? Ich habe Gelb gekillt Okay Diese Spiegelungen sind irgendwie ein bisschen verwirrend Wo bist du, Roman? Oh Da hab dich Ja, komm, Alter Überall diese Laser Ja, ich habe gar nicht mehr verstanden, wo jetzt was ist gerade irgendwie Ja Da habe ich dich Burles anbekommen Der Gelbe ist hier sowas von hinterhergeschrieben Nein, nein, nein Der holte ich nicht Ne, 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 guck, ich bin mit der Maschinen gar noch hängen geblieben Oh, oh Junge Oh Der Gelbe checkt das, glaube ich, nicht Nee, und tschüss Nee, hat er nicht Okay, ich bleib hier einfach stehen Ich ergebe mich Okay, kein Problem Ich ergebe mich Ich bin tot Kein Problem Ich habe einfach nur so die Arme hochgehalten Ja, ja, guck so Ich ergebe mich Ich habe nichts getan Alter, hör auf Geh mal ins Licht Ich will nicht ins Licht Ich will nicht ins Licht Oh Hä? Was soll das denn werden? Ciao, Roman Ja, was willst du jetzt machen? Wie willst du denn an mich rankommen? Oh nein, was? Nein, nein, nein Hä? Woher hast du denn die Waffe? Komm mit Oh, okay Easy Easy Wie bist du denn da rausgekommen? Ich bin einfach da drüber geflogen Ähm Oh, was ist das hier? Oh, das ist mein Tod gewesen Perfekt Oh, mein Tod Alter, ich habe einfach nichts gemacht Vor allem so Oh, das ist mein Tod Bitch, fight Nice Junge, hier Fallgeist Fallgeist Chill mal, chill mal Fallgeist Oh, nö So einfach wird das gemacht Letzte Runde, oder was? Nein, ich bin mit Gelb Ich bin mit Gelb auf der Seite Oh mein Gott Bist du runtergefallen? Nee, auf gar keinen Fall Runterfallen, Popo knallen Ja, so ist das Leben Oh nein Kletter da doch drüber Yo Was war das? Okay, das hier ist letzte Runde Junge, Gelb Mal weiter runter Yo, was? Letzte Runde Was für? Nice, Mann GG Cool, cool Okay, Leute Wenn wir das Ganze ja nochmal spielen sollen Lass auf jeden Fall Nein Oh mein Gott Lass auf jeden Fall Leichter Junge, der hat Aimbot Der fliegt auch einfach, gell Fliegt auch einfach Leute, wir sehen uns morgen wieder Peace out Tschüss Yo, was geht? Willkommen heute mal wieder zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Super Smash Super Smash Freunde, wir sind heute hier zu zweit mit noch einer weiteren Person Keine Ahnung wer das ist Da ist irgendwie Arschschweizer oder sowas Oder Arschweizer Der heißt Arschweizer Arschweizer So, Arschweizer Kann auch sein, dass er Dings Dass er meint so Arschweizer Weißt du? Der hängt an der Ecke Arschweizer Yo Gott Alter Arschweizer So, Freunde Ihr habt es euch gewünscht Wir sind heute wieder back hier Ich hab übelst Bock da drauf Es gibt neue Maps Es gibt neue Sachen Es gibt viele coole neue Sachen Wir sind hier mit dem Arschweizer Und Ich hol den Ich hol den Ich hol den Lass Oh, 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 oh Da ist jemand aber richtig hier, hä? Da hat jemand richtig abgedrückt Oh nein Alter, hast du mich weggeschossen? Kann sein, wenn du weg bist, dann bist du jetzt tot wie rot Oh mein Gott Ich bin richtig tot wie rot Du hast dich selber getötet, hä? Das sind einfach so Hühnchen-Geräusche, gell? Okay, cool bleiben Du musst cool bleiben Immer cool bleiben Gockelhahn ist das Ja, ja, ja Gockelhahn Cool bleiben Immer aufpassen, dass keiner Dings Bist du ready? Ready Bin auf jeden Fall ready Oh mein Gott Das ist so aufregend Unfair Das ist unfair Unfair, Leute, ihr habt es gesehen Das ist unfair 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 Ja Oh nein, bitte Lass mich in Ruhe Ich werde dich kriegen Und danach werde ich dich besiegen Willst du mich hier austrinken, oder? Frag mich doch Frag mich doch Wir spielen hier so Dings, gell? Fangspiel Okay, gut, dann gehe ich runter einfach Oh, schade, dass du nicht hochgekommen bist Die hat nämlich eine gute Wumme auf dich gewartet Eine gute Wumme Tja, aber ich werde noch eine bessere Wumme haben Und die werde ich jetzt auf dich richten Oha Wo bist du? Oh mein Gott, da hat irgendjemand so ein Laserstrahl-Ding Nein! Der Typ steht einfach nur oben rum, der macht gar nichts Der macht überhaupt nichts Wir beide kämpfen einfach Aber der gelbe spielt schon Aber der ist manchmal auf gar so Warte, ich muss dich glaube ich ein Stückchen lauter machen Damit das hier alles passt So Hör auf zu ballern Guck mal, der hängt an so Dingern fest Ja, ja, ja Hä, was ist das? A golden weapon Junge Hast du's jetzt, mal hast du's jetzt Ja, easy going Ich habe es sogar so gemacht, dass mein Hintergrund rot ist Passend nämlich zu meiner Charakterfigur Komm her, mach den kaputt Waffe, Waffe, Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer Oh, easy going Oh nein Hedgehog Einfach ein Igel Hedgehog Einen Hedgehog Oh Waffe ist so Das ist so kompliziert damit umzugehen, Alter Oder du bist einfach nur Zenobi Nein Was ist das denn? Ich habe so ein Dings, ich habe eine Düse Mit der ich fliegen kann Okay Ein Hedgehog Was ist das für eine Kacke hier? Junge Hä? Also, das Leute, darüber sprechen wir jetzt einfach nicht mehr, okay? Komm her, guck, guckst du mir zu? Wir sprechen einfach nicht mehr drüber, was? Guck dir das an Ja, ich guck Mit dem Schwert einfach Ihr könnt ja mitzählen, Leute, wer jetzt die meisten Grills gemacht hat Ich glaube du, ja? Ich weiß das gerade nicht Doch, doch, ich glaube du Oh, oh, oh Nein Wo bist du? Oh, Junge Junge Keine Chance Keine Chance Egal, kein Problem Was soll man denn da machen, wie ein weiser Mann mal gesagt hat Ich glaube, das ist das übelst lautes Game, oder? Kann das sein? Kann man hier Options Kann man hier ein bisschen leiser machen, vielleicht? Ja, ich habe ihn runtergeschlossen Ah doch da Der hat das über overpowered Mach mal ein kleines bisschen leiser, so Ich habe noch keine Waffe Hier ist das Hä, was ist das? Ne AK Los, ich halte ihn, ich halte ihn, ich halte ihn Ich halte ihn, ich halte ihn Guck mal, wie der abgeht, Alter Nein Ich brauche eine andere Waffe Ich brauche eine andere Waffe Ja Friss Blei Ich brauche eine andere Waffe Friss Blei Oh mein Gott Kann doch nicht sein Und wie das sein kann Wow Wo ist so? Kacke, ich stecke fest Klar steckst du fest Und jetzt Sniper gegen Sniper Ja Episches Battle, man Episches Battle Richtig gut Da Der Gelbe ist gar nicht mehr da, ne? Ist der Schweizer es gegangen Oh ja Ja Tschüssikowski, wo bist du? Nein, der ist doch da, der Gelbe Ist der noch da? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist Ich auch nicht Wo ist der sein? Aber ich kann noch die Füße Zu Ende Vielleicht ist er runtergegangen Irgendwo vielleicht hier unten Hä? Der Gelbe? Wo ist er? Vielleicht hat er das Spiel beendet Und dadurch sind wir jetzt nur noch zu dritt Und man kann das Spiel dann nicht mehr beenden Wenn einer offline gegangen ist Weiß ich mal, ne? Soll ich mich einfach killen? Warte, ich töte mich mal einfach Ja, bring dich mal selber um Ich kill mich jetzt einfach mal Yellow win, okay Doch, der ist irgendwo Hey, wo war der? Aber der ist gar nicht mehr da Ich glaub, der hat sich irgendwo drangehängt vielleicht, oder? Ne, Mann, ich konnte ihm auch nicht mehr zusehen Der ist gar nicht mehr da Der ist gelieft Aber das Spiel denkt immer noch, dass der ist da Aber man kann ihn nicht töten, weil er nicht da ist Komm schon, Faust gegen Faust Okay Eins gegen eins Faustkampf Komm schon Oh oh, hast du es gehört? Oh Kacke, was ist das? Junge, da ist einfach so Luft, gell? So, jetzt zeig ich dir mal, was hier, wie das hier funktioniert Bist du tot? Ich bin tot Okay, dann bring ich mich Ah, ne, bist du nicht? Ah, du kleiner Lügner, du Ich bin tot Jetzt Hä, du hast mich tot gepustet Nein, ich hab Dings Doch, ich guck dir jetzt zu Ich guck dir jetzt grad zu Yellow Wills Ja, ja, ich bin Dings So Oh ja Das ist so Komm schon Guck, da ist der Arschweizer Wo bist du? Oh Junge Ich hör dich nur so Flup, 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 flup Es gibt grad keine Waffen, ne? Doch Richtig suche Oh mein Gott Ich hab sogar die perfekte Waffe Ich hab die perfekte Waffe Das ist der perfekte Tag Ja Nein Schwert Oh mein Gott Komm schon Was ist das da? Hä? Lengardio Limpiosa Lengardio Limpiosa Was soll man denn da machen? Was machen denn man soll? Was machen denn man soll? Okay, komm her Faktis, wo bist du? Ach, ich chill hier unten so ein bisschen rum Und du? Na? Ich? Jetzt gerade ganz chillige Minigun Ich hab hier ne neue Waffe Hä? Ja, genau Ja, genau Ich hab das grad gesehen Ich bin von dem Tod der Waffe Hä? Das war ja sowas von unreal Alter Ich spür's dir Du bist einfach so Oh mein Gott Weißt du wie das ausgesehen hat? Als wärst du so Als wärst du so ein Torpedo Nein! Als wärst du so ein So ein Torpedo Der von unten hoch fliegt Aber das sah schon skillhaft gerade Das sah richtig gut aus Ich hab mich mit der Waffe Einfach hoch teleportiert Oh, da ist das Jürgen, willst du mich Dein bestesten Freund Hier durch die Gegend schießen? Ja! Bitte! Wo bist du? Ich häng hier ein bisschen rum Puh, komm her Das Spiel ist so geil, gell? Warum spielen wir das eigentlich nicht öfters? Scheiß nicht Weiß ich auch nicht Ich glaub ich will mich danach auch noch mal ne Runde aufnehmen Hier Zack Was ist das, Junge? Boah, Junge Oh, Boah Alter, die ist ultra stark Die Pumpgun? Ja, mega Was geht? Bisschen chillaxen Guck mal, warte, warte, warte Guck mich, wie ich... Oh nein Guck, 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 guck Wie ich liege Guck mal, mein Bein Ah Mann, ich liege wie am Strand Guck mal, guck mal Du musst dir doch vorstellen, dass ich zu nem Strand liege Aber weißt du, was schöner ist als ein Strand? Ne Gettle... Oh mein Gott Ne Versuche! Nein, nein Wo bist du, Mann? Jetzt, 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 jetzt Guck mal, ich hänge, guck mal, wie ich hänge Äh, warte, ich kann mich da dran festhalten Ja 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 Hey, ich hab ne Pumpgun Junge Oh, ich... Ich hänge... Ich bin runtergefallen Echt? Ja, ich bin runtergefallen, weil ich dumm bin Stupido Chill, 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 chill Immer cool bleiben, Roman Immer cool bleiben Cool bleiben, hab ich gesehen Junge, du hast schon wieder Luft gehabt Digga, Luft ist das Beste Du kannst mit Luft eigentlich kaum sterben Außer halt vom Leben her Fällt dir auch mal was runter? Ja, komm her Ja, Junge Oh Hey, Roman Junge, diese Kackluft Das ist so unfair mittlerweile, gell? Ja, aber die Luft ist übergeil Oh, ich wollte da drauf springen Ich dumm Ich dummer Depp Du dummer Lars Dumm Dumm, Bazzi, doof Da Naja, das ist... Das Müll, das brauch ich nicht Toll, na super Na super Das meint mein Elektro Höh, guck mal, ich fliege Hast du gesehen? Ne, wo bist du? Hallo, ich kann die Items zu mir ziehen Ja, ach nee Komm, wenn du Items haben willst, wirst du hier herkommen Hab schon was Wie soll man denn da auch ne Schanze kriegen? Schanze? Was ist denn das für ne Schanze? Wee Wee Was ist das hier? Irgendein Ring Oh, geil Das gehört, Mann Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Hä? Was? Alter, du hast mich einfach getroffen Echt jetzt? Du hast mich einfach abgeschossen Echt? Oh, lol Ja, Mann Ah, das ist super Komm, versuche mich doch zu kriegen Komm schon Tanz für mich Nein, das darf ich halt legit nicht Platzierst du die, Mann? Vielleicht Kletter doch da hoch, du Affe Oh mein Gott Einfach von der Distance Einfach abgeschüdet Abgeschüdet Da ist ein Boxhandschuh Den hatten wir noch gar nicht Boxhandschuh kenne ich auch nicht Macht der Boxhandschuh Keine Ahnung Soll ich dir mal eine reinpanschen? Ja, punch mir mal eine rein Ich glaube, ich bin jetzt schon fünfmal runtergefallen oder sowas Richtiger Dings Gimp Hä? Jetzt ist wieder irgendjemand gejoint Komm, lass ihn mal verprügeln Was? Joints du in unserem Spiel? Guck mal Lass mal ein Tennis spielen mit dem Wo ist der hin? Da, da Ne, doch nicht Das sind irgendwelche Dings Mann, ich krieg keine Waffen Ja Was willst du machen mit deiner Waffe gegen mein Schwert, hä? Wo bist du hin? Er war weg Junge, der kriegt auch noch eine Panzer raus Ich pack's nicht Ich pack's nicht Und ich krieg so ein Kackschwert Der hat erstmal den Gelben verprügelt, oder? Auf jeden Fall Wo ist er? Oh Junge Junge, da ist er, da ist er Er lebt, er lebt, er lebt So Lass die Runde hier noch machen Lass die Runde hier noch machen Alter Hä? Was ist mit dir passiert? Du bist eingefroren Ja Ja Okay Gut Leute, ich würde sagen Wir sind auf jeden Fall heute für hier fertig Wir machen und Ja, wir hauen jetzt ab Bei mir geht's weiter Wir sehen uns morgen wieder oder rein, Leute Tschüss Tschüss Yo Leute Welcome back Oh mein Gott Junge Oh mein Gott Bist du blau? Du bist blau, ne? Ja, ich bin blau Oh mein Gott Okay, okay, okay Leute, wir sind zurück hier in dem nicesten Game Auf Jans YouTube Jans YouTube Ach ja, guck mal Aber Alter, jetzt kann man auch sagen, was man will Wenn du mich hier so jagst Alter, was soll das? Äh, das ist Super Smash Okay, okay So, ich hab anscheinend Ich bin nicht ganz sicher Ich hab anscheinend neue Maps hier hinzugefügt Aber ob die wirklich so funktionieren Kein Plan Aber wir probieren's aus, Leute Alter, ich werd die ganze Zeit von diesen Dingern angegriffen Junge Oh mein Gott Oh mein Gott Bisschen das Eis weggemacht Eis, Eis, Baby Eis, Eis Okay Übrigens dabei ist Roman Hallo Roman Guten Tag, hallo Hallo Guten Tag, hallo Fuh Alter Ich bin eigentlich nicht mehr hochgekommen Let's go Let's go Für bugged Oh, guck mal Es ist Mann gegen Maschine Ich bin die Maschine Alter, 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 Alter Wow, wow, wow Nice Nicht schlecht, Bro Wie machst du das? Hä, wie hast du das gemacht? Du gehst da in den Laser rein Und dann musst du in der Mitte bleiben Ich bleib einfach so hier liegen Oh, ist das bequem Haia Oh mein Gott Hast du meinen Uppercut gesehen? Meine Uppercut Komm her, zu mir Fuß in dein Gesicht Steh auf Da hast du wohl wahrscheinlich zu viel gelacht Und das war's für die Glas Oh mein Gott Was ist das? Was passiert hier? Warum fliege ich in der Luft? Alter Da ist einfach ein anderes Level unten drunter Ich komme Oh nee, ich bleib doch hier oben Oh mein Gott Ich glaube, ich guck mal Ob ich vielleicht eine Waffe finde Dieses ganze Level ist verbuggt Alter, du bist verbuggt Du bist verbuggt Was ist das hier für eine Karte? Das beste Spiel auf YouTube Hab ich das angeteasert Was soll dann? Lars hat mal wieder eigene Karten runtergeladen So richtig Richtig Hä, bei mir sind die vollkommen normal Ich hab hier einfach alles Was? Ja, bei mir ist einfach alles normal Ich nehm jetzt hier diesen Boxhandschuhen Und geh jetzt erstmal trainieren Wie Rocky Balboa Äh Rocky Balboa? Wie Rocky Balboa Ich schwör dir Lars Ich höre nur Schüsse Hä? Ich bin einfach gestorben Hä? Weil wir fliegen einfach alle Charaktere so herum in der Luft Was? Das war bei mir aber auch in deiner Runde Übrigens, wir haben bei Roman auch eine Runde gemacht Alter, ich falle Ich falle Ich falle Ha, gerettet Was ist mit dem los, Mann? Ich schmeiß mal kurz die Waffen weg Hä? Autsch Was war denn das? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Boxen, 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 boxen Roman, box, box, box Oh Okay Ja, der Gelbe Was hat denn der gemacht? Keine Ahnung, Mann Der hat einfach nichts gemacht Hier Lass gegen die anderen zwei Die haben gleich das Schwert Panzerfaust Ich hab ne Panzerfaust Lass gegen die anderen Käpt'n Hat er gesagt Du hast gegen mich geschossen Okay, gut Alter, jetzt bin ich wieder tot Du hast doch angefangen damit Du hast mich gerade mit einem Raketenwerber angeschossen Aber ich will ja nix sagen Oh mein Gott Was ist das für ne krasse Map, Mann Digga, was sind das einfach so Flugzeuge, Alter Für Flugzeuge, so Kampfflugzeuge, Alter Kampfjets Oh Gott, oh Gott Junge, krank Voll die gute Map Guck hier, der Lassi-Boy hat sich gute Maps rausgesucht Lassi-Bohne ohne Krone Oder Lassi-Bohne mit der Krone Lassi-Bohne Oh, nice Chausen-Banausen Ne, 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 ne Oh, da ist ne Utzi Die hab ich vergessen mitzunehmen Moment Chausen-Banausen Komm mal her Friss Blei Hier hab ich dich, ne Die Junge, der schießt dann irgendwo hin, ne Hahaha Wo sind denn deine Items Bitte lassen sie mich los Hab dich losgelassen jetzt Wo bist du denn? Gib mir mal deine Items Ah Oh mein Gott Gib mir mal deine Items Ach, ist das stressig Gib mir mal deine Items Gib mir mal Gib mir mal deine Items Oh, da ist ne Minigun gerade runtergefallen Die hab ich gerade gesehen Sehr schön Okay, ich werd jetzt auf Wrist gehen Okay, Lars Nicht zu viel verschwenden Ich glaub, du musst gehen Was ist das? Wohin? Nach Hause Ich bin doch schon zu Hause Komm mal her Was versuchst du da? Wo bist du? Hier oben Ich bin wohl ganz anders als du Oh, 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 oh Komm doch Tschüss, Lars Tschüss Nice Ich schaff das 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 Ich krieg das hin Du kriegst es nicht hin Du musst jetzt gehen, Lars Alter Ich schaff das Ich überlebe das Ich überlebe das Ich überlebe das Ich fliege hier unten Guck mal Ich bin unter dem Flugzeug Bist du unter dem Flugzeug? Guck, guck, guck Kann ich nicht sehen Ich überlebe das Ich überlebe das Ich überlebe das Oh Mann, ich werd es schaffen Ich werd's schaffen Ich werd's schaffen Ich seh dich einfach nicht Unter welchem Flugzeug In dem mittleren Oh mein Gott Ah ja, da bist du Mir tut die Hand weh Brauchst du etwa Pass auf, ich werd dich einfach Hä, wie kannst du denn in der Luft überhaupt noch stehen bleiben? Ich hab ein Schwert in der Hand Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Fall runter Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, mir tut die Hand Alter Oh mein Gott Okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich Das ist Yo, hä? Ich fall einfach direkt runter Ich glaub, das ist so ein Fallschirmsprung Man kämpft hier in der Luft Weißt du Hä? Ich seh einfach niemanden Doch, doch, doch Hier muss man in der Luft kämpfen Du musst deinen Gegner in der Luft irgendwie treffen Ich seh halt niemanden Ja, doch Die anderen sind seitlich irgendwo Oh Mann Oh, da unten ist ein Boot Man landet auf einem Boot, Mann Aber ich hab keine Waffen Hä? Ach, das ist doch pflegig Ich schieße einfach mal in die Luft Nein, ich bin am Boot vorbeigeflogen Hä? 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 Was war denn das? Unten war dieses Boot Hast du das gesehen? Ja, aber irgendwie voll die komische Map, Mann Alter, mir tut richtig die Hand weh von der Runde eben Weil ich die ganze Zeit Rechtsklick gespammt hab Ja, Mann, das war echt ne lange Runde Jo Aber ich hab mich nicht sterben lassen Ja, Mann, du hast einfach die ganze Zeit dieses Messer benutzt Aber, das ist jetzt ein Trick, Leute Den könnt ihr anwenden, falls ihr gegen eure Freunde spielt Das weiß natürlich dann niemand Hä? Was macht denn der hier? Hallo Entschuldigen Sie Oh mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Entschuldigung, gehen Sie bitte weg Aua, 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 aua Oh, nice Das ist das gelbe Ding da Oh mein Gott, hau ab Lass mich in Ruhe Dieser Gelbe geht mir richtig auf die Nerven Geh weg Geh weg Ach, Bro Boah, jetzt hab ich ihm erstmal eine gescheuert, ey Was soll das? Meine Güte Was ist hier los? Alter, was? Ich bin wieder einfach so unterm Boden gestorben Obwohl ich den Teleporter benutzt hab Wo ist denn jetzt der Grüne? Ach da, Moment Ich geh mal ganz kurz hier zu meinem kleinen grünen Freund Hör auf Ja Mann Ich hatte auch eine Minigun Mama Mia Wow Ich liebe Minigun Was ist jetzt los? Mama Where did our missile go? Oh Mama Mia Oh Mann Oh mein Gott Gott sei Dank hat der mich gekillt Wenn der da die ganze Zeit so halb rumfliegt Man Diese blöden Bots Ah Ihr frisst das Oh Eingefroren Oh Gott So Ihr seid eingefroren Alter, wir sind alle so leid Wir sind so Skulpturen einfach Hä? Hä? Alter, was? Alter, holst Was? Warum bin ich so hoch geflogen? Die Map ist gekippt Die Map ist einfach gekippt gerade Voll geil Alter, Junge Friss das Oh, ich bin unsichtbar Oh mein Gott Nein Nein, nicht Oh mein Gott Alter Ich häng irgendwo dran Ich bin tot Aber ich weiß nicht wo Ich falle Und falle Und No Ich auch nicht Hier hast du, Mann Nein Oh Mann, hör auf Ich hab gerade die Hände Och Mann Ich hatte die Hände nicht am Lenkrad Yes Ich wollte gerade sagen Was ist das hier? Flat Map Flat Map Oh Oh Da hat aber jemand Eine ganz schön dicke Geule bekommen Hier kriegst du eine Packung von mir Und wie schmeckt das? Alter Das war gerade eine ganze Taschentuchpackung Die ich von mir bekommen habe Das war eine ganze Packung Kaugummis Wo ist er denn jetzt? Easy Ich musste nichts tun Oh, Boxernschuhe Das liebe ich ja am meisten Yo, ich bin einfach tot Yo, ich bin einfach tot Alter, der Gelb ist so krass manchmal Ja Ich glaube, Gelb ist auch ein echter Spieler Aber ich bin nicht sicher For sure Was ist das hier? Ich hasse es Geh nach oben Hoch, hoch, hoch Alter, was ist hier unten los? Nein Ich wollte diese gelbe Waffe haben Da bist du in den Mixer reingekommen gerade Ah, guck mal Die Map kennen wir ja schon Das ist eine Map Die hatten wir schon ein paar Mal Oh Ah ja, das ist die Bergsteiger Map Die Bergsteiger Map Die Bergsteiger Map Ich bin ein Bergsteiger Und ich esse gerne eine Bratwurst zum Frühstück Oh mein Gott Da hat mich jemand eingefroren Oh Das ist ein Teleporter? Ich werde manchmal eingefroren Und teleportiert Ich bin unsichtbar Ich bin ein Ninja Und du bist dumm Ich bin ein Döner Ich habe eine Zwiebel Du hast mich nicht mal gesehen Kann das sein? Ah, ah, ah Oh mein Gott Oh, Lord Oh, Lord Jawohl Ich hatte keine Waffe, die Schaden macht Ja Du bist halt auch selbst dran schuld Wenn du diese Klebedinger wirfst Hä, wo bin ich denn jetzt? Alter Ja, ich bin wieder da Ich bin da Ich bin ein Berliner Ich bin ein Berlin Ich bin ein Berlin Ich bin ein Brüssel Hey, jetzt auf Reiß dich zusammen Oh, nice Moin Oh, yeah There's a weapon with my taste Da, wo bist du denn? Ich muss den Gelben Alter, dieses Schwert ist so riesig, gell? Ich bin einfach gekillt worden von dem Kränen Mach den mal Der Grüne ist so wahnsinnig, Mann Der Grüne ist nervig Guck, guck, guck Ich geh rein und hol ihn dir Ich geh rein Gib ihm einen Schwinger Gib ihm den Mixer Nice Was? Sehr krank Der hat sein Schwert einfach gerippt Der hat es mir geklaut Oh Gott, was mach ich denn jetzt? Hier gibt's kaum Waffen auf der Karte Du kannst nach Hause gehen Du kannst nach Hause Guck, 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 guck dir das an Ja, 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 ich seh's MLG Okay, ich seh's Ja, ja, ja So, einmal hier hochklettern Sind auch alle am Leben, ja, außer ich Ja So, die werden den jetzt holen Nice Ja, krass Sehr gut Damn nice Oh, ich bin einfach so gestorben Ich bin nicht in der Map gespawnt Das hier ist Mirage von Counter-Strike Deswegen hol ich mir hier eine Snip Rush B, Rush B Na klar Warum hat jeder krasse Waffen außer ich? Ich hab so eine Sniper Was soll das? Junge Nice Ja, damit sind wir fertig, denk ich mal Ich bin einfach wieder unten gelandet Ich hab das extra gemacht Komm, den letzten Win hol ich mir noch Let's go Leute, das war's mit dem Video Wir sehen uns morgen wieder Bis dahin Lasst ein Like da Und schaut die letzten Videos an Wichtige Sache, okay? Tschüss, Leute Adi, ciao, ciao Tschüss Ja, Leute Alter, ich bin tot Alter, crazy Leute, wir sind back hier heute Super Smash Super Smash Super Super Smash Es wird wild Ich hab ein Schild Alter, es reimt sich gerade alles, was ich sag Es wird heute wild Ich hab ein Schild By the way Wir haben hier einfach so einen Typen dabei Der komplett geisteskrank ist Der hier Yellow Wind Also es ist auf jeden Fall Irgendein random Bob Der hier reingejoint ist Der auf jeden Fall Bot mehr, sondern wirklich ein echter Spieler Hat er mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Bleib mal stehen, ey Rauchgranaten Ich hab ganz vergessen, dass wir gegeneinander spielen Okay Oh, golly Komm her, mein kleiner Freund Weiter geht's Let's go, let's go, let's go, let's go Der Gelber hat mir gerade Hallo gesagt Oh mein Gott, der Gelber hat Lasert Der hat mich einfach instant weggelasert Wo bist du? Da Oh Mann Oh mein Gott Hey, wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Hä? Ich weiß es nicht Achtung, hier ist Dings Slashhammer von oben Lauf Bin tot Chillen Pass auf Lass ihn kommen Lass ihn kommen Chill Oh, nice Nice Schönes Ding Schönes Ding Hab ich easy gemacht, oder? Entspannt Häng dich dran Häng dich dran Juhu Oh, hier ist eine Pumpkanne, die nehm ich doch ganz gerne Wo seid ihr denn, meine kleinen Freunde? Du musst hier ein bisschen auf mich aufpassen gerade Oh, 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 oh Der ist halt so Dings Okay Ah, oh Mann, überlebe, überlebe Oh mein Gott Der ist unsichtbar Er hängt da oben Nimm Waffe Ich hab ne Waffe Oh mein Gott Oha, der ist richtig gut, ne? Ja Mann, der ist echt nicht schlecht Oh, jetzt spielen wir ein bisschen Dings Geh immer auf ihn Geh immer auf ihn Wir sind doch Dings Team, Team, Team Ein Tactic Da ist ein Greifarm Oh, tut mir leid, Lars Was soll das heißen? Oh nein, Alter Jetzt greifen mich diese Dinger selber an Haha Was ist denn der Gelbe überhaupt? Ah ja, ist er Nein Oh mein Gott Ah, der ist hier drüben Hilfe Roman, der ist hier drüben Der Wahnsinnige Ich boxe ihn Ich fetz ihn Okay, hab ihn gefetzt Mich wirst du niemals finden Ich bin wie ein Ninja Was machst du da? Hey, lassen sie mich in Ruhe Wie? Was? Hä? Was? Wo? Wo ist der? Ey, der hat sich, glaub ich, totgestellt Du, was geht? Alter, der hat mich einfach runterge... Oh, lol, ich hab gewonnen Ja, stimmt Wenn du Dings Wenn du so... Pop Alarm Mein Gott, da ist noch mein Gelber Guck, der hat... Lol, da ist noch einer reingekommen Ein grüner Ein grüner ist reingekommen Lol, einfach wirklich Okay, wir sind tot Einfach gewonnen Okay, let's go Let's go Oh nein, der grüne ist wieder weg Alter, wir haben einfach eine offene Lobby Sowas haben wir auch noch nie gemacht Zuschauer, falls ihr mal Glück habt Er, hebt die Hände Boxy, Boxy Na, aber der winkt dir doch Sag dem doch auch Nein, ich wink ihm nicht Das ist der Gelb Gelb ist in meiner... In meiner Dings ist der wahnsinnig So Gewonnen Ja, aber du hast ja... Weiß ich nicht, wie oft das Dings Ich hab extra nochmal nachgeschossen Weil der... Hallo, hallo Wir sind doch ein Team Wir sind doch ein Team Du hast einen Backpfeil von dir gegeben Oh nein, jetzt hat er ein Messer Boah, ich war der FK Okay, okay, chill, 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 Lars Chill, einfach chillen Kannst du mal aufhören damit, Junge? Seien wir wirklich Roman und Lars? Ey, das ist sogar ein Zuschauer Das ist wirklich ein Zuschauer, lol Ja, Mann, lol, wie witzig Hau dir mal Ich hab den gegen die Dings Ich hab gerade den Zuschauer gegen die Säge gehauen Aua Booyakasha Mann, lass doch lieber die Zuschauer killen Oh nein Super Smash einfach mit einem Zuschauer Ja, Ühe ist nice Oh mein Gott, Alter, Chinesen Noch ein neuer Zuschauer Alter, jetzt musst du aufpassen, Lars Chinesen sind brutal Die sind richtig gut im Online-Gaming Hilfe! Oh nein, oh nein Okay, okay, okay Hey, ich krieg einfach keine Waffen Was soll das? Ich brauch eine Waffe, weißt du, wie ich meine? Äh, äh, äh Oh, das ist die Waffe nach meinem Geschmack Jawohl Alter, was? Ich hab einfach überlegt Dankeschön, Dankeschön Oh Okay Ähm Warum hast du schon direkt Oh, oh Achtung Achtung Der Typ hat Der Grüne hat Dings Oh mein Gott Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich für eine Waffe habe Nein, ich bin runtergeflogen Yo, Gelb hat sich einfach mit der Minigun oben gehalten Ah, schau was denk Warte, ich muss den jetzt hier kurz wegboxen Oh mein Gott, ich muss den Gelb hier gerade wegboxen Junge, ich kämpfe gegen Grün, Roman, alleine Oh mein Gott Ah, hab's geschafft Der will mich immer noch holen, was soll das? Der hat sich tot gestellt, der hat sich tot gestellt Der stellt sich tot Oh mein Gott, der stellt sich echt tot Sein Arsch Hab ihn Alter, der ist richtig gut im Tod Stell dir echt immer, dass der tot ist Oh mein Gott, Grün hat mich gerade so runtergeschlätselt Welche Wand kommt denn jetzt als erstes? Die links oder die rechte? Nee, die kommen, die kommen, wenn du die abschießt Oben What? Achso, wenn man die oben abschießt, kommen die Oh mein Gott Hilfe Ich kann mich nicht mehr bewegen Hä? Was war das gerade? Oh nein, ich hab falsche Tassen gedrückt, ich Idiot Nein, ich bin tot Ey, ich bin so doof, ich hab die falschen Tasten gedrückt Ist einfach rückwärts gelaufen, gestorben, oder was? Oh mein Gott, dieses Spiel ist so hektisch Alter Junge, hör mal auf, hallo Wir sind Freunde Dachte ich Oh mein Gott, Alter, der hat mich einfach fast umgebracht Der hat einfach zugemacht Achso, man kann oben diese Ketten kaputt schießen Ja, ich hab mich jetzt gerade einfach Green win Oh mein Gott, Grün gewinnt einfach Irgend so ein Rappen Der Grün ist der Chinese, Alter, das ist überkrass Nein Tut mir leid, Leute Nein Nein, ich hab mich selber umgebracht Wie soll das? Oh nein Jawoll Eine absolute Katastrophe Ich kümmere mich um Grün Okay, doch nicht Grün kümmert sich um mich Grün hat mich einfach gerade richtig weggeholt Oh, ich hab den Gelben einfach abgeschossen Easy Oh, ich hab den Gelben richtig weggeholt Was ist das hier? Ah ja, stimmt Das ist Tor abschießen oben Alter, der Grüne stellt sich auch tot Das ist auch so einer Mann, Lars, das sind ja voll die Pro-Gamers hier Aber voll die gute Taktik Ja, Mann, das ist echt eine gute Taktik Oh mein Gott, ich brenne Hab ihn Hab ihn doch nicht Lass uns jetzt noch den Grün holen Alter, guck mal, was der Grüne macht Guck mal, was der Grüne macht Der ist oben Siehst du den? Where is the green guy? Der fliegt, der fliegt einfach Guck, rechts Der hat sich so eine Kette geschnappt Mit einer Kette kann man anscheinend die ganze Zeit in der Luft bleiben, wenn man springt Der nutzt es wie so eine Art Wand oder wie so eine Art Item Alter, das wüsste ich gar nicht Junge, guck mal, was man alles von den Leuten lernen kann Oh mein Gott, du bist so dumm Oha, oha Komm, Lars Flieg einfach auf ihn zu und hol ihn mit diesem Messer einfach Flieg einfach auf ihn zu, du schaffst es, Mann Flieg zu, Messer, Messer, Messer Noch mal, noch mal, noch mal Hol ein neues Messer, hol ein neues Messer Wo ist er denn? Da ist er, da ist er, hinter dir Oh mein Gott Jetzt, jetzt, hol ihn einfach Oh mein Gott, Lars, was tust du? Schießen, schießen Nice Oh mein Gott Ich wollte schon sagen, Mann, was machst du da? Ah, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, das wäre so kritisch Oh mein Gott, da ist ein Flammenwerfer Er, er, er brennt, ich brenne Ach, Flammenwerfer ist so unfair, Junge Ja, aber der wird jetzt selbst sterben Er wird selbst sterben, er wird selbst sterben Komm, 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 Roman, Roman, Roman Da ist der rechte, der grüne, links der grüne Der hat einfach ein Dings gehabt Der hat mich mit einem Ventilator runtergehauen Oh nein, mach das nicht auf, bitte Oh Gott, was soll das? Junge, hier, was ist das hier für eine kranke Knarre Geh weg, geh weg, geh weg Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich Okay Wo bist du? Hör auf, dich irgendwo festzuhalten Geh weg Oh mein Gott, ich hab dich, ich hab dich Seid ihr wirklich, Roman und Lars? Hab euch beide abonniert So witzig Einfach mit dem Zuschauer zusammen Nice Greetings, gehen raus Alter, dieser Laserstrahl ist einfach so brutal Der ist über dir Beide über dir Ja, äh, äh Oh, der herstand noch oft Ich hätt die Plattform direkt zerstören sollen Okay, let's go, let's go, let's go Oh mein Gott Ja Blau Ich hab einfach drauf geballert Oh Mama, 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 Mama Mia Oh yeah Mama Mia, Mama Mia Alter, der fallert mich einfach ab Ja Okay, entspannt Halt dich fest, Mann Halt dich fest, mein blauer Freund Ah, Lars, du bist bei dir frei Ich bin tot Grün macht nix Grün macht Grün ist crazy unterwegs Wo ist denn Grün? Da, der ist hinter dir. Da. Und da ist auch Gelb, Junge. Gelb lebt immer noch. Ah, du, das wird Rippchen, Roman. Junge, was macht ihr da? Alter, diese Map ist schon so zerstört. Roman, das wird Rippchen mit Kraut. Oh mein Gott, der hat mich einfach weggehauen. Der Grün gegen Gelb. Alter, schau dir das an, wie die spielen. Die sind richtig gut, Alter, richtig gut. Ja, übel. Haben die aus unseren Videos safe gelernt. Ja. Alter. War jetzt einfach nur eine Ausdauersache. Oh nein, Gelb. Alter, wie er mich einfach direkt gerippt hat. Alter, die machen oben einfach so einen Bauwettbewerb, Mann. Das musst du dir mal anschauen. Ich spiele die Fortnite. Nein, guck mal, was ich mache. Geh da hoch, geh da hoch. Ich mache die Loser-Taktik. Der eine hat einfach zwei Laser-Waffen, Mann. Guck mal, was ich mache. Ich habe die Loser-Taktik. Du machst die. Ich möchte Gewinn-Taktik. Oh mein Gott, Hilfe! Hilfe! Der hat dich gleich, der hat dich gleich, Mann. Los. Schieß, schieß. Einfach auf ihn drauf. Einfach auf ihn drauf. Ich treff nicht. Oh, der hat chill, der hat chill. Geh näher ran. Komm, 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 Lars. Wie kann das sein, dass... Nein. Hast du dir einfach den Boden vor den Füßen weggeschossen? Ich habe hier meine Haare. Die sind so lockig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da bist du. Wo bin ich? Da oben halt. Da, Reische. Warte, ich habe mir einfach gerade den Boden selber weggeschossen und mir da mal runtergefallen. Prost, mach einfach. Oh, schieß rein. Ja, au. Das muss schon mal sein. Das war's. Endlich kann ich meiner Mutter wieder in die Augen schauen. Ich habe Mama stolz gemacht. Das war schon. Okay, let's go. Ja, und der ist runtergefallen, der Grüne. Alter, ich habe einfach von dem Schuss gekauft, Mann. Oh, Mama mia. Wo ist der hin? Let's go. Der hält sich da unten. Der hält sich da unten. So ein kleiner... Der will dich leimen. Ja, aber nicht mit mir. Ja, nimm dieses Dings. Ja, genau. Da unten, da unten hängt er da. Rechts. Du musst doch nur da hinschießen. Rechts. Weiter rechts. Ja, genau. Schieß durch den Boden. Das geht auch. Weiter vorne, weiter vorne. Weiter hoch. Noch ein bisschen weiter runter, runter, runter. Ja, das war's. Mach einfach jetzt zum Schluss einfach Dings. Sniper 360. Warte, ich habe eine Idee. Sniper. Schwester, die Sniper ist besser als die Pistole. Ja. Immer diese Zuschauer. Nein. Ich wollte den Kratzer aus der Luft holen. Warum hast du denn nicht die Sniper genommen? Das ist viel schwerer. Nein, da musst du noch einen Schuss treffen. Mit der Pistole hätte es so oder so nicht funktioniert. Wo ist er hin? Da ist Grün. Grün ist einfach gegangen. Grün musste jetzt gerade essen gehen, Rason. Boxfight. Ich bin tot? Alter, wie? Pass auf, der hat eine Knarre. So richtig dumm, so als ob du das nicht merkst, gell? Achso, der hat eine Knarre, gell? Oh ja, gut. Danke dir. Oh mein Gott. Okay, alles. Was ist das hier, Alter? Yo. Das kann nicht sein. Und du hast einfach noch Torrets hingesetzt. Oh mama mia. Ja, na, 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 na. Poppa. Alter, das gibt's nicht. Ich bin einfach runtergefallen. Ja. We will always love you. Okay, ich leb noch. Ich leb noch, so als ob das jetzt so eine Besonderheit ist hier. Wir sind doch schon in der neuen Map, oder? Ja. Der Typ teleportiert mich die ganze Zeit. Oh nein, er fliegt. Pass auf, Pass auf, Laser. What? Der Laser hat mich eigentlich nicht mal berührt, Mann. Oh mama mia, der Bishanis. Yo. Oh, was war das für ein OG-Move? Der Typ ist richtig crazy. Mist, ich hab gedacht, ich kann so links, rechts so drüber springen. Aber letztes Mal hat's funktioniert irgendwie. Oh nein. What is happening? Okay, das ist letzte Runde jetzt. Oh, let's go, let's go. Oh mein Gott, ich bin insgesamt runtergefahren. Noch nicht letzte Runde. Moment, wir spulen zurück. Nicht letzte Runde. Gönn dir die Knarren, Bray. Renn, renn. Nein. Das ist so dumm, der hat aber nichts gemacht, Mann. Das ist jetzt letzte Runde Cagefight. Der Winner, Winner Chicken Dinner. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss. Tschüss.